Sei euch kundgetan und vermeldet, der Rittersaal zu Sarko. Merket auf und gebet Acht. Der Herold erhebt alsbald das Wort und jagt die Langeweile fort. Es wird gefeiert und gelacht, wenn der Gaukler Späße macht. Das Fakirsfeuerspeierei zu guter Letzt uns alle mächtig staunen lässt. Hier wird gesuffet und geprasst. Ein armer Tropf, wer das verpasst. Wem das mit reicht, der rufe an und melde sich so schneller kann.